Hi, ich bin Christian Ehoff. Ich bin heute beim Trainingszentrum der Kölner Haie, denn ich möchte den Mo Müller mit einer Kleinigkeit überraschen auf seinem Weg nach Peking. Kommt mal mit! Mo und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten aus der Nationalmannschaft. Wir haben zwei Jahre hier in Köln zusammengespielt, waren sogar Zimmerkollegen und uns verbindet natürlich 2018 der Gewinn der Silbermedaille in Pyeongchang und Mo ist ein super Typ und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn wiedersehen kann. Mo, hi! Alles gut? Soll ich dir die Mütze runtergekommen? Kein Problem. Ich habe die große Ehre, und zwar darf ich dir als Erster schon ein Teil aus der Olympia-Kollektion überreichen. Ich hoffe, du freust dich darüber. Ich weiß, wie aufgeregt du bist, wieder nach Pyeongchang, nicht dafür, nach Peking zu fahren. Das ist auch mal zu wiederholen. Ja, auf jeden Fall. Erstmal freue ich mich, dich zu sehen und vielen Dank für die tolle Überraschung. Ich fühle mich sehr geehrt. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Und da bin ja ich. Manchmal auch so, manchmal auch so, wenn ich die Schleife suche, aber meistens so. So, da frehe ich auch eine Eishalle nicht mehr. Ja, man sieht natürlich immer wieder mal eine Kamera beim Training, aber dass ihr mir gefolgt seid, das habe ich nicht so ganz gemerkt. Und dann war die Überraschung perfekt, als da Christian hier aus Eis gesprungen ist. Da habe ich mich erstmal natürlich riesig gefreut, den Christian wieder zu sehen. Und ich fühle mich sehr geehrt, hier diesen Schal und die Mütze überreicht bekommen zu haben. Als der erste Athlet werde ich ihn in Ehren tragen und freue mich jetzt noch umso mehr auf die Olympischen Winterspiele in Peking.